Hi Leute, Servus. Wenn ihr im Bereich Online-Business, Online-Marketing, Online-Produkte verkaufen unterwegs seid, dann habe ich mal wieder eine wirklich unverzichtbare Lektüre für euch. Und zwar, wie ihr seht, hat Dirk Kreuter, einer der bekanntesten Verkaufstrainer, Vertriebsexperten im deutschsprachigen Raum, ja vielleicht sogar Europas, ein neues Buch rausgebracht, das heißt Entscheidung Erfolg. Und dieses Buch verschenkt er, du musst einfach hier neben nur deine Daten eintragen und zahlst im Grunde genommen nur die Versandkosten. Dazu hast du noch 7 Tage, 2 Stunden, wie du hier siehst, Zeit und das Buch gibt es nur, solange der Vorrat reicht und ich meine, das ist ein Exemplar, was 132 Seiten komprimiertes Know-how vom absoluten Top-Experten Nummer 1 liefert. Und du siehst hier, es ist für Verkäufer, selbstständige Führungskräfte, Azubi, Studenten, für alle, die erfolgsorientiert verkaufen möchten, ist das Buch geeignet. Und es wird die wichtige Frage beantwortet, wie du in 7 Schritten aus Niederlagen und Misserfolgen wirklich wieder die Kraft gewinnst, um nochmal neu durchzustarten und dann wirklich auch mehr zu verkaufen, als du jemals bisher verkauft hast. Egal, ob du jetzt physische Produkte verkaufst, Amazon, FBA machst, ob du digitale Infoprodukte vermarktest oder Dienstleistungen. Und dieses Buch ist halt eben wirklich, bringt das direkt auf den Punkt, das ist kein kompliziertes 400 Seiten Fachwerk, wo ganz viele Fachbegriffe drin sind. Das ist es nicht. Es ist vielmehr ein Buch, wo du wirklich den Mindset, die Grundlagen bekommst für das vertriebliche Denken, wie du wirklich zehnmal mehr verkaufst in der Hälfte der Zeit. Also natürlich auch knackige Aussagen hier, aber ich denke, er ist hier wirklich einer der Top-Verkäufer, der nicht nur exklusive Seminare hält, sondern auch wirklich Hallen, ganze Hallen mit tausend von Leuten füllt. Das muss man einfach sehen. Du siehst ja auch Differenzen, wo dir Kräuter für welche Firmen er hier auch tätig ist und das ist schon sensationell, wenn du auch siehst, was du hier auf 132 Seiten geliefert bekommst. Die richtige Einstellung zum Erfolgreichen verkaufen. Ganz wichtig ist auch die Einwandbehandlung. Das heißt, was, wenn dein Kunde zunächst nicht willig ist oder Einwände hat, wie reagierst du drauf? Das kriegst du alles in diesem Buch, was auch eine Art Playbook ist. Das heißt, du kriegst hier wirklich praxisorientiert exakt Schritte aufgezeigt und eine Art Navigationsgerätwegweiser an die Hand, wie du in bestimmten Situationen verkäuferisch agieren kannst und ja, wirklich auch Persönlichkeitsentwicklung, wie du dich voranbringst. Das ist das Buchcover hier. Siehst du, das sind verschiedene Kapitel, insgesamt sieben Kapitel hier. Und ja, warum und für wen hat er dieses Buch geschrieben? Ja, ganz einfach, weil er der Experte Nummer eins ist und weil natürlich auch, was ja auch viele Online-Unternehmer machen, einen Teil von ihrem Wissen mal weitergeben an Leute, an Kunden, um dort wirklich die partizipieren zu lassen. Das ist ja auch, viele von diesen Top-Online-Unternehmer haben ja auch eine Vision, eine Mission logischerweise. Und ja, da geht es auch darum, die Angst zu nehmen. Du hast zu wenig Motivation und wirklich in schwierigen Situationen, hier siehst du auch einige Referenzen, Testimonials, was sie drüber sagen. Das Buch hat auch schon, ja, hat wirklich schon so einen viralen Charakter. Das siehst du mittlerweile, viele Leute posten es auf Facebook, auf Social Media. Also das ist wirklich ein Nachschlagewerk, was du dir nicht entgehen lassen solltest. Hier auch Alex Fischer, der auch ein bekanntes Buch im Bereich Immobilien rausgebracht hat. Und hier kannst du dir auch nochmal durchlesen, was es dir bringt. Mehr Erfolg, Motivation, Zeit, richtige Zielsetzung, mehr Energie, mehr Anerkennung, Schnelligkeit. Und so sieht das Buch dann aus, wenn du es bestellt hast. Kannst du dir auch eigene Bilder machen. So, hier gibt es noch Videotrailer, Leseproben. Wenn du dich hier wirklich mal ein bisschen reinklicken willst, du siehst ja 26 Jahre Erfahrung, die Kräuter. 100 Gratisvorträge, über 1.300 bezahlte Vorträge, 30.000 plus Teilnehmer, 4.000 Newsletter, über 500 YouTube-Videos, 80 Podcast-Folgen. Also da steckt schon die geballte Kompetenz und Routine dahinter. Also das ist schon ein Buch, was ich dir empfehlen kann. Ich habe es mir auch geholt. Ich zeige es dir auch nochmal ganz kurz hier im Ausschnitt. Ich habe das hier auch bestellt. Du siehst, für 5,95 Euro kannst du das hier bestellen, per Kreditkarte, bequem. Ich werde es in den nächsten Tagen bekommen und freue mich da entsprechend schon drauf. Und die ersten 999 Bücher, mal schauen, ob ich dabei bin, kriegen auch noch so ein limitiertes Erfolgsarmband dazu. Das siehst du hier unten links. Und dann kann man am Gewinnspiel noch teilnehmen und auch Smartphones und dergleichen gewinnen. iPhone, glaube ich, ist es. Das sind bei dir Kräuter in so einer Halle, die proppenvoll ist. Und ja, verschiedenste Videos zum Buch. Also da wurde schon eine Menge investiert. Hier kannst du dir alles mal reinziehen und runterscrollen. Es gibt keine versteckten Kosten. Auch ganz wichtig. Du zahlst wirklich die Versandkosten. Ich meine, und kriegst dafür das Wissen geliefert, was kann man da mehr für wollen. Hier siehst du nochmal, gratis 0 Euro nur Versandkosten. Ist auch kein Abo. Brauchst keine Angst zu haben. Kein Risiko. Alles über Digistore24 abgewickelt. Und hier unten nochmal ein paar Testimonials. Schön ist auch, dass du das Ganze als Affiliate hier im Partnerprogramm wieder betreiben kannst, vermarkten kannst und selbst noch damit verdienen kannst. Auch dann an den Upsells. Hinter dem Buch wird dann noch ein Upsell geschaltet. Das heißt, dir Kräuter vermarktet im Anschluss an den Buchverkauf dann entsprechend auch noch zusätzliche Coachingprodukte, Videokurse, die du noch mitbuchen kannst. Wenn dir das Buch nicht reicht, sage ich mal, dann kannst du noch wirklich deine Kurse von dir Kräuter mitbuchen. Und hier kannst du dich auch anmelden für das Digistore24 Partnerprogramm des Buches. Und du siehst hier auch Cyber Monday, Black Friday, alles mit dabei. Und hier siehst du, was du alles machen darfst, wenn du das Ganze als Affiliate bewirbst, legal, auf Facebook, auf deinem Blog, WordPress-Blog, auf Twitter, wo auch immer. Und hier kannst du auch Bilder benutzen, die dir Kräuter und sein Team zur Verfügung stellen. Das kannst du alles legal benutzen. Du kannst natürlich auch eigene Bilder machen und das so bewerben. Hier gibt es nochmal spezielle Banner, die du nutzen kannst zum Bewerben des Buches und der Upsells, die da noch dranhängen. Hier gibt es sehr, sehr schöne Videos, die es sich lohnt nochmal anzuschauen dann, die du auch nutzen kannst. Hier die Links siehst du einfach Copy und Paste in deiner Webseite. Und natürlich keine betrügerischen Aktionen, hier kein Spam. Also jeder, der das hier bewirbt, sollte das schon seriös angehen. Hier kannst du auch noch Fragen stellen an Alexander Lapp. Gehen wir mal kurz ins Digistore24 rein. Hier ist das nochmal, kannst du es auch entsprechend hier dir den Link holen. Und beeindruckend finde ich auch nochmal die Zahlen hier. Es ist jetzt schon nach einem Tag auf Verkaufsrang 98 von tausenden Produkten bei Digistore24 und hat eine Card-Conversion von 71%. Das heißt, ja fast drei Viertel der Leute, die das ja schon mal im Warenkorb liegen haben oder auf der Verkaufsseite sind, die kaufen dieses Buch und eine Storno-Quote von 0,2% war gestern noch auf 0,0%. Also ist schon sensationell. Du siehst hier, du kriegst hier etwas geliefert, was händeringend von den Menschen verlangt wird. Und ich kann es Ihnen empfehlen, hol dir dieses Buch, wenn du online mehr verkaufen möchtest, wenn du die richtigsten Grundlagen für den Vertrieb schaffen willst und einfach, wenn du nur mit dabei sein willst und von diesem gefragten Know-how von Dirk Reuter, was er sich in 26 Jahren aufgebaut hat, profitieren willst. Ich kann es dir nur empfehlen, ich habe es gekauft und ich kaufe auch nicht jedes Buch, aber das ist so, das muss man sich durchlesen und dann muss man das als Nachschlagewerk immer im Regal parat haben. Ja, das war mein kleines Review und Produktvorstellung zum Gratisbuch von Dirk Reuter. Wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten alles Gute, wir sehen uns im nächsten Video. Viel Erfolg beim Verkaufen, dein Christian Weckler. Ciao, ciao.